Hallo zu diesem Video. Ich mache das nur weil es bei diesen Jacken sehr stark schäumt. Also verwendet wurden 45 Milliliter Lenore Waschmittel. 45. Und dann dieser Schaum. Also da ist jetzt nichts zu sehen, aber das ist extrem. Es wird zum Glück jetzt weniger, der so wie wir eben schon mal bis komplett oben hinfallen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das mit drauf habe, aber egal. Ja. Nachher wird dann noch ein Video vom Trockner kommen und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.